Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man den Echo Dot 5 einrichten und somit auch mit Amazon Alexa richtig verbinden kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier den Echo Dot der 5. Generation und werde diesen jetzt Schritt für Schritt mal in Betrieb nehmen. Natürlich funktioniert es bei anderen Modellen relativ ähnlich und zuerst einmal sollten wir uns das Ganze aber auch einmal auspacken, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Im nächsten Schritt sollten wir uns das Smartphone mal zur Hand nehmen, darauf achten, dass WLAN und auch Bluetooth aktiviert ist und dann geht es einfach mal darum, dass wir noch im App Store die Amazon Alexa App herunterladen, diese öffnen und dann mit einem bestehenden Amazon-Kund uns einloggen oder auch ein neues erstellen. Danach können wir auch schon den mitgelieferten Netzstecker einmal in unseren Echo Dot hier hinten hineingeben und das Ganze auch an eine Steckdose anschließen und dann können wir nämlich auch schon erkennen, dass hier unten jetzt dieser Lichtring blau aufleuchten wird. Nun dauert es circa eine Minute, bis dieser auch orange leuchtet. Das Gerät leuchtet orange, weswegen es auch schon richtig hochgefahren ist und wir können die Einrichtung mal in der App noch abschließen. Hier sollte normalerweise dieses Fenster von alleine aufploppen, wo ich auch schon zustimmen und fortfahren könnte. Falls es bei dir aber nicht so ausschaut, dann muss man hier im Hintergrund einfach mal auf mehr hier unten rechts draufklicken und da gibt es auch noch den Button Gerät hinzufügen. Bei mir passt es aber, weswegen ich auf zustimmen und fortfahren klicke und es sollte sich normalerweise auch schon automatisch mit dem WLAN verbunden haben, weswegen ich hier unten auf weiter klicke. Hier noch ein paar Tipps, die man sich gerne mal durchlesen kann. Die Sprache möchte ich auch auf Deutsch lassen. Nun noch auswählen, wo das Gerät normalerweise stehen wird. Falls du ein Gerät hast, ist das normalerweise nicht so wichtig, dann könntest du hier auf überspringen gehen. Bei mehreren Geräten verliert man doch aber irgendwann den Überblick, weswegen ich mal hier auf Badezimmer draufklicke. Wir könnten jetzt auch noch unsere Stimme erkennen lassen, dass das Gerät natürlich mit der Stimme etwas mehr anfangen kann. Ich möchte das erst einmal nicht, weswegen ich auf Überspringen klicke. Hier Ja, Überspringen. Damit ich zum Beispiel ganz einfach nach dem Wetter bei mir in der Umgebung fragen kann, möchte ich meine Adresse hier auch einmal hinterlegen. Bei mir befindet sich das Ganze zu Hause, weswegen ich auch zu Hause einmal auswähle. Und wir haben es auch schon fast geschafft, weswegen wir mal die ersten Schritte mit Alexa jetzt auch testen können. Alexa, wie viel Uhr ist es? Es ist 10.30 Uhr. Das hört sich doch super an, weswegen wir unseren Echo bzw. Echo Dot 5 auch schon richtig eingerichtet haben. Wenn du dir für zu Hause den Echo Dot in den verschiedensten Generationen oder sogar mit einer Uhranzeige zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und dann haben wir uns das Video. Also, da gibt es einen Daumen nach oben. Also, da gibt es uns da oben. Vielen Dank.